Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Occupy Mars und natürlich im Nationalalter. Wir sind hier schon wieder schön am Start. Ich habe noch mal zwischendrin Kartoffeln geerntet und rote Beete gesammelt und auch schon wieder verpflanzt. Und was wir jetzt auch mal tun können, nachdem wir jetzt so viel Crample haben. Können wir doch jetzt hier eigentlich mal irgendwie so eine ganz schmackhafte Kiste hier machen. Moment mal gerade, guck mal, damit wird das Zeug auf jeden Fall schon mal besser. So und jetzt haben wir irgendwie mittlerweile fünf verschiedene Arten von Futter einstecken. Das macht es nicht besser. Wir haben einmal das Schäbige, das nicht mehr ganz so Schäbige und das richtig Gute. So, das heißt aber das Schäbige können wir wahrscheinlich erstmal hier verknuspern. Das essen wir jetzt einfach komplett. Und dann ist hier auch mal wieder ein bisschen Zeug weg. Schon wieder sehr viele Saatgutmagazine, die ich mal irgendwie wegpacken sollte. Und ich glaube, die Kartoffeln, bei denen ist es mir jetzt nicht so wichtig. Wobei, ne, die können wir in den Kopf aus da schmeißen. Aber mit der roten Beete würde ich sagen, gehen wir nochmal hin und machen nochmal ein bisschen Sämchen. Da ist nichts mehr drin. Das heißt, guten Tag. Wir sagen Splitt, wir sagen So und wir sagen Kombiniere. Na komm, mach's zu. Und dann können wir jetzt nochmal zu dem Botanitisch gehen und irgendwie das ganze Zeug wieder abschmeißen. Also wir haben Kartoffeln, die Sand am Meer. Wir haben noch Kürbisse, das ist gut. Wir haben noch mehr Kartoffeln. Rote Beete und noch mehr Rote Beete. Kann ich hier kombinieren oder wird es dann blöd? Speed Bonus, Speed Bonus. Ja, von mir aus. Mach's zusammen. Das ist schon okay. So und was wir, genau, hier haben wir noch ein bisschen Sprutz. Die packe ich jetzt auch erstmal zur Seite, weil, weil halt, und ich würde sagen, den Rest davon schmeißen wir jetzt mal satt in den Kompost da rein. Ja, dann haben wir nämlich jetzt hier auch noch ein bisschen mehr Zeug für unsere Pflanzen. Ja, die können jetzt halt eben so vor sich hin grünen. Den geht's prinzipiell erstmal allen ganz gut, glaube ich. Können wir mal kurz schauen, ob die hier auch ihre Dosis an Zeug kriegen. So, hier nochmal einstellen. Wir müssen ja nicht mehr verbrauchen, als wir unbedingt benötigen. Muss ja auch alles irgendwo herkommen, ne? Na gut, okay. Tatsächlich eine schöne Idee war, hier die ganzen Werkbänke und so reinzustellen. Die gefällt mir eigentlich echt gut. Das möchte ich bei Gelegenheit machen. Aber als erstes würde ich sagen, habe ich noch Stahl? Oder irgendwie Zeug? Ja, ein bisschen. Ich möchte jetzt nochmal unseren Salarpark erweitern. Das ist mir hier noch ein bisschen zu... Ja, was heißt, zu wenig, aber... Hier muss ich aber nicht verteilen. Das heißt, es reicht eigentlich, wenn ich hier direkt mit der Batterie rangehe. Oh. Vielleicht sollten wir uns nochmal in der Meteoritenabwehr versuchen. Nur so ein Gefühl. Wo stelle ich hier ein blödes denn auf? Sollen wir erstmal Teile holen? Ich habe eine Ahnung, wo ich sie hinstelle. Die Frage ist nur, wie geht das? Das muss ich nochmal rausfinden. Weil irgendwie muss man da wohl Raketen reinbasteln. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wo ich sie bauen kann. Solarzellen weiß ich jetzt nicht, ob ich sie dafür brauche, aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Ach, das sind ja auch noch normale Kartoffeln. Nee, ich glaube es nicht. So, Elektronik. Wir haben, glaube ich, alles bis auf Small Engines. Doch, die haben wir auch. Das heißt, wir sollten eigentlich in der Lage sein, so ein Ding hochzuziehen. Gedenfalls müssen wir nochmal eine Platine holen, aber das ist dann so. Strom würde ich mir dann hier nebenholen. Und ich denke, ein guter Platz wäre irgendwo hier neben. Also sagen wir Blueprints. Antenne nicht ganz. Living auch nicht. Main Hub. Nö. Erlog bestimmt auch nicht. Resources ist es ebenfalls nicht. Das ist der Big Rock Crusher. Und ein Medium Circuit Board brauchen wir noch dafür. Da kommt der Strom rein. So, wo kriegen wir jetzt noch eine Medium Zelle her? Hoffentlich ist es am Inventar unserer Wahl. Guck mal, das ist auch eine. Perfekt. Oh, da ist auch noch Kacke drin. Ups. Ich habe schon wieder den Helikopter durch die Gegend gefußballt. So, wie sieht es hier mit der Batteriebank aus? So, wir verteilen mal hier 20% auf den zweiten Anschluss. Äh, nee. Das ist ja die Batteriebank. Das heißt, da wollen wir eigentlich 100% drin haben. Das läuft ja von hier aus zusammen. Geht hier rein. Und hier wird es dann weiter verteilt. Das heißt, hier gehen wir hin und sagen, da kommen schon 20kW raus. Wie praktisch. Das heißt, die können wir direkt... Ah, das war der da. Verstehe. Das war ursprünglich gedacht zum Laden des Rovers, aber das brauchen wir in der Form jetzt auch nicht mehr. Wenn dir der letzte Glied der Kabel ausgeht. Okay, so, wie funktioniert das jetzt? Wir haben keine Raketen drin. Wir müssen die irgendwie bauen. Solid Rocket. Okay. Also, an ist das Zeug. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert das? Ist das ein Blueprinter? Jetzt muss ich die irgendwie die Rakete auf den Boden bauen oder was? Irgendwas stoppt man in den Kommentaren in der Richtung, aber... Schöne FAQ. Die interessieren mich gerade aber nur bedingt. Exploration, Building... So... So... Pools, nein. Buildings vielleicht. Workshop. Okay, das ist schön, dass mir das Spiel hier gerade nicht erklärt. Oder ich bin einfach blind. Es gibt Caves. So, Missile Shield, bla 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 bla. Solid Rocket, muss ich da jetzt einfach das in den Raketentreibstoff reinwerfen? Ist es das, was er von mir will? Hab ich noch welchen? Hm. Hm, gerade nicht. Ich meine, wir haben da so eine offene Kiste. Die ist da halt einfach so sehr, sehr... Ja. Ich glaube im Kühlschrank war noch was von dem Zeug. Die ist ja einfach nur sehr kistig und sonst nix. Das heißt, wir schnappen uns das Zeug mal. Da ist nix mehr. Und gucken wir mal, was passiert, wenn ich das Zeug da reinschmeiße. Oder ob er es mir jetzt irgendwie erlaubt, was damit zu tun. Gucken wir mal. Solid Rocket A. Okay, mhm. Das heißt, wir nehmen das Zeug da. Legen es hier raus. Und dann fällt es natürlich wieder überall hin. Nur nicht da, wo wir es haben wollen. So, und jetzt... Hat es super funktioniert. Das macht genau nichts. Außer da drauf liegen. So, State Control is on. Ich kann aber hier... Ich habe keine Kapazität drin. Würde ich sagen, machen wir das, was wir am besten tun, wenn wir irgendwie angegriffen werden. Wir hoffen darauf, dass die Meteore wieder schön zielsuchend sind und fahren einfach von der Basis weg. Und zwar mit dem schnellsten, was wir haben. Und zwar dem ATV. Das war eine merkwürdige Art und Weise, wenn das funktioniert, aber was soll's. Kann man mal lichtern machen. Geil. Da geht eine blaue Sonne unter. Wie cool ist das denn? So, jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis die Steinchen fallen. Wir sehen uns hier Inventars technisch aus. Ja, O2 geht noch. H2 können wir auch mal nachkippen. Ja, und jetzt? So, Spiel. Ah, Stille. Musik ändert sich. Ja, das ist die schlechte Umweltbedingung Musik. Glaube ich. Oder einfach eine andere Musik. Ich weiß es nicht. Jetzt aber. Auch innerhalb der nächsten Stunde. Ernsthaft, bis dahin erfriere ich ja. Guck mal, da hat jemand ein Stück Stein übrig gelassen. Wer war das denn? Ja, ich fahr jetzt halt einfach nur sinnlos in der Gegend rum gerade. Merkt ihr auch? Na also. Auf die habe ich gewartet. Los, werft mir die Steine auf den Kopf. Irgendwas brennt. Ja, die stürzen aber anscheinend. Oh, von wegen. Die stürzen irgendwo hier, wo es gefährlich wird. Ach so, ist schon wieder vorbei. Na dann. Das ist ja schön. Drei Kügelchen vom Himmel gefallen. Keins hat uns getroffen. Das heißt, wir können wieder nach Hause. Und so wie das ausgesehen sind, sind sie auch glücklicherweise nicht in der Nähe der Basis runtergekommen. Das heißt für uns. Auch diese Nacht sind wir mal wieder nicht von Meteoriten getroffen worden. Nicht, dass es an wahnsinnig guter Vorbereitung gelegen hätte. Das war einfach einmal mehr wieder pures Glück. Statistisch betrachtet wird es allerdings schwierig darauf weiterhin zu bauen. Ich sollte definitiv nicht so viel springen mit dem Ding. Aber es macht halt Spaß. So, wie sind wir jetzt eigentlich? Wir haben doch eine Garage. Können wir da jetzt irgendwie reinfahren? Das würde ich jetzt wirklich gerne mal tun, bevor ich ins Bäckchen gehe. So, passiert jetzt hier irgendwie was? Soll das nicht irgendwie aufgehen? Nö, da geht's. Auf. Na gut, dann fahren wir halt eben nochmal hinter. Und laden es auf den klassischen Weg auf und dann muss der gute Mann auch mal dringend ins Bett. Ich wollte... Ich wollte doch nicht für den Stecker haben. Ich wollte da nicht einsteigen. So. Dann geht's jetzt nochmal ganz flott schlafen, sonst hat er nämlich morgens gleich wieder irgendwie um... ...drei Stunden am Aufstehen wieder Schlafanzug. Das wollen wir ja nicht. So, einmal gute Nacht. So. Spiel gespeichert. Sehr gut. So. Die Tomaten scheinen uns auch ein bisschen mehr Gas zu geben. Jetzt, wo irgendwie auch ein bisschen Erde und so da ist. Ja, gucken wir was jetzt hier irgendwie ein Krempel haben. Können wir jetzt irgendwie diesen Waste Stump auch benutzen? Nö, noch nicht. Na egal. Wir hatten noch einen Punkt. Wir hatten definitiv noch einen Punkt bekommen. Gucken wir doch mal, ob wir den hier irgendwie noch sinnfrei einbringen können. Additional Live Support müssen wir natürlich erst... Nö, den haben wir. Ne. Technology Unlocked. Nö, hab ich anscheinend noch nicht. Gluplant Unlocked. Das haben wir. Lower Oxygen hätte man vielleicht noch machen können. Naja, wir werden noch ein paar Punkte kriegen. Vor allem bei dem Zeug, weil das ja sprichwörtlich von selbst wächst. So, und hier? Geht hier noch irgendwas Tolles? Haben wir ja schon mal geguckt und haben schon mal im Kopf geschüttelt, ne? Intendary Mode Control. Geht nicht, weil dafür fehlt mir ein Blueprint. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder mal raus in die Weitwelt fahren müssen. noch die letzten Blueprints finden. Radio Base Control. Ich weiß immer noch nicht, für was die gut sein soll. Ein Jetpack könnte man noch machen, oder? Ne, haben wir sogar schon. Wollen wir das vielleicht mal bauen? Einfach mal so, ihr wisst schon, für Spaß. Was ist denn das? Mars Truck. Würde ich auch gerne bauen. Ist leider nicht implementiert. Noch nicht. Ich könnte noch ein... Ne. Lupin unlocked. Achso, ich muss erst Night Vision freischalten, um dann den Spektral Detektor zu machen. Weiß ich nicht. Was sagt er, was es bringt? Ja, Scanning of Rocks und was drin ist, das haben wir doch schon. Wisst ihr was? Wir gucken mal, ob wir ein Jetpack zusammen kriegen. Einfach, weil ich mal wissen will, wie es geht. Ähm. So, wo bauen wir das? Hier? So, was geil ist, der Blueprint... Also, das Rezept dafür gibt's schon, aber bauen kann ich's halt nicht, ne? Jetpack? Ja, okay, das läuft. Das, das können wir machen. Gut, dass es auch gar nicht lang dauert. Orbital Probe, was? Muss ich die Raketen vielleicht hier bauen? Nö. 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 Einfach nö. Ja, außer der ATV Rocked Engions gibt's hier nix. Oh. Dekoration? Cool. Ja, schau mal in der Cook. Das hab ich ja noch gar nicht gesehen, das Menü. So, wenn ich das Wallstein jetzt nehme, wird mal Inventar, das müssen wahrscheinlich hier irgendwie auf Tasche genommen werden. Oh ja. Oh ja. Toll. Okay. Wow. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir uns, äh, uns mal wieder irgendwie in die Situation schaffen, dass wir unsere, äh, unser Helm-Kit auch benutzen müssen. Okay, das geht ganz gut. Äh, das geht nicht mehr gut. Okay, das ging dann nicht mehr so gut. Ja, äh, dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle einen Cut. Euch erstmal wieder danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.